Heute der erste, ich weiß nicht, Beta-Test, Online-Test. Skopel, spielen wir gleich im Team oder spielen wir gegeneinander? Schon mal kein Spiel für dich? Ja, es ist übel undurchsichtig. Vor allen Dingen gerade dieses Lachsfarben gegen Schwarz. Du hast manchmal auch nicht gesehen, wer sind deine Spieler und so. Und wenn du L1 rückhältst, dann kannst du einen schicken. Das habe ich die ganze Zeit versucht, aber der Computer, der läuft dann halt leider nicht. So, grün gegen schwarz. Grün sieht so dumm aus, ja man. Ich war S3, ne? Ja man, ich bin S3. Das ist auch schlecht, man kann sich halt nicht so gut abstimmen, ne? Absprechen. Oh, gutes Tor. Gutes Tor, mein Jutsa. Genauso weiterspielen. Geiles Tor. So, sehr gut zu koppeln. Weiter so. Wir machen den fertig. Aufpassen, er hat übel viele Items bekommen. So, geht's? Okay. Okay. schön schöner pass Pfosten sowas kann Rosalina geile animation ja man jetzt baller den weg rein da nein geh rein rein perfekt 4-0 ich glaube wir haben es jetzt drauf Skoppel ja ah schade ja der kann nix oh weg spiel den Ball der hat einfach noch einen Stern ja moin komm her spiel ah gut aber ah oh ok bam oben links rein den machen wir nass Skoppel halt gebrückt halt gebrückt ah sehr schön ich glaube der ist drin schönes Ding komm rein 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 nein rein Skoppel Skoppel MVP wir nehmen die so hoch ja man Skoppel MVP aber wie alter was wir noch lernen müssten wäre wenn einer schießt muss der andere den verteidigen und alle weghauen wenn man das hinkriegt dann nochmal richtig geil oder einen so nach vorne ballert und so aber wir haben das echt gut gemacht wir haben die immer erst kommen lassen und wenn dann so drei Leute vorne waren haben wir einen Steilpass gemacht und dann waren wir vorne drei gegen einen oder so das war immer richtig gut so müssen wir das wieder machen Skoppel die schön kommen lassen dann einen Steilpass und dann sind wir durch wer war ich S3 ne ja ich bin S3 ah viel zu weit hinten Skoppel und ich sind drin Skoppel und ich sind drin boah gutes Ding hol dir das Item ja schönes Ding mit dem Außenriss 3-0 gewonnen ey wir sind gut drauf Skoppel das war geil also das macht auf jeden Fall Bock auf Bear das kann ich schon mal sagen das macht übel Bock auf Bear was ist das macht wie das macht um das macht das macht ja sicherlich schon mal auch weh weh